Herzlich Willkommen bei der Online Football Akademie. Mein Name ist Michael Heidegger von der Fußballschule Tirol. Ich bin Kreativtrainer, Metalltrainer und Fußballtrainer und stelle euch heute eines unserer Coaching Tools vor, was wir im Kindertraining verwenden und auch in unseren Fußballcamps. Unser Maskottchen ist der Coachiguto. Der Coachiguto, wie ihr ja hier oben seht, schaut überall anders aus. Warum schaut er anders aus? Weil wir unsere Kinder in der Fußballschule Tirol so behandeln, dass jeder speziell ist. Jedes Kind ist anders da. Jedes Kind hat seine eigenen Talente und Stärken und so sollte man sie auch behandeln. Ich habe euch jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, wie verschiedene Coachigutos aussehen. Dazu haben wir auch mit der Martina Sterner vom WakiGuto ein Kindercoaching Buch entwickelt, in dem erklärt wird, wie so ein Fußballcamp ausschaut, wie die Farbenlehre so ist, wie wichtig es ist, dass jedes Kind seine Stärken kennt, dass man ihnen das auch sagt, dass es sich auch fokussiert auf bestimmte Punkte und so weiter, wie wichtig auch Teamplay ist. Bei den Camps unserer Fußballschule bekommen die Kinder am letzten Tag eine Stärkenflasche. Auf der Stärkenflasche sind fünf Sterne drauf. Bei diesen fünf Sternen schreiben wir immer zwei Stärken der Kinder drauf. Was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir die Eltern mit einbeziehen und das machen wir so. Wir lassen drei Sterne offen und bei diesen drei Sternen dürfen dann die Eltern die Talente ihres Kindes drauf schreiben. Das, was die Kinder ja sehr schätzen und sehr gerne hören. Das war jetzt so mal ein kleiner Einblick zu unserem Coaching Tool Coachiguto. Ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen bei der Online Football Akademie und sage euch bis bald. Ciao, euer Michael.